Was stellen die in drei Tagen an? Doch klar, die bringen hier eine Aufführung auf die Bühne. Untertitelung des ZDF, 2020 Am Anfang wollte ich da nicht hingehen und jetzt wollte ich die ganze Zeit tanzen, das ist eben toll. Am Anfang wollte ich da nicht hingehen, das ist eben toll. Am Anfang wollte ich da nicht hingehen, das ist eben toll. Also früher hatte ich keine Lust auf Tanzen, wenn man denkt, das ist ganz schön anstrengend und jetzt weiß man, dass man Spaß dabei hat. Das Tast schmeckt eigentlich total toll und das ist viel Spaß und viel Spaß. Das ist eben toll. 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 Das ist eben toll.